ja hallo herzlich willkommen zu einem kurzen video hier aus dem medaillengarten hier ich stehe jetzt gerade im winterquartier und ja hier ist alles voll medaillen ich schaue die dalien einmal durch ja hier stehen sie da die meine ganzen kisten alles voll medaillen ja die befreie ich hier jetzt etwas von der erde schaue durch ob sie faul sind oder irgendwas kürzte die stängel mehr mache ich nicht hier sind ziemlich verschimmelt das werde ich alles wegschneiden so und so sehen diese dauernden jetzt nach der durchsicht aus ist das schon viel besser aber da ja das war es auch schon ein ganz kurzes video ich wollte ein kleines update geben und ich verspreche in diesem jahr gibt es etwas mehr videos wie im letzten und darum kanal abonnieren klug aktivieren und dann verpasst ihr keine videos ciao